Hallo meine Lieben und Willkommen wieder zurück zu Roadrunners Death Valley Rally. Mein Name ist der Life aus Alias D-Life und mit mir dabei sind zum einen die Shiny Bruder J-Tan. Ja, die Facette. Und The Head Benjamin. Alias der wahre D-Life. Nächster Freundchen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den zweiten Boss quasi. Verdroschen. Oder besser gesagt, Wiley-Koyote in dem Falle mit seiner großen Kugel. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier noch erwarten wird. Was zur Hölle ist. Noch mehr Kaktussis. Er kommt da mit seinem Force-Mobil, ey. Lol. Leckt mich am Arsch. Der kann das Ding auch noch höher. Der kann das Ding auch noch höher stellen. Was ist auf die Kasturzieder auf? Hm? Na? Wieder da hin. Das Spiel ist viel zu schnell. Das soll es doch auch sein. Ja, aber man sieht nicht. Verrettet man sofort irgendwo rein. Das stimmt leider. Da unten ist der Vogel. Ja, da will ich auch hin. Ne Birdseed. In die Schlange rein gefeuert. Sehr schön. Nee. Wo kamen die denn jetzt her? Oh, oh. Was machst du denn da? lol ach so nur er selber kann mich treffen aber nicht interessant habe ich das vogelfutter jetzt ganz gerade ich versuche zu überleben das war doch auch und die förster fleck wenn ich da jetzt noch irgendwie rankommen würde Du kannst natürlich auch, wenn du bremst, die Gegner kaputt machen. Ach, das geht auch? Ja. Wenn du dann mit deinen Füßen so... Ah, quasi, dass die Krallen das treffen. Okay. Ich muss noch ein bisschen weiter zurück, leider. Das war ein bisschen zu weit. Oh, so. Die Further-Fleck. Ja, da muss ich jetzt mal hinkommen. Arschloch. Ich will dir ja nichts sagen, aber du bist gleich kaputt. Ah. Junge. Alles gut. Also so ist es doch schon viel besser. Was, noch Vogelfutter sehe ich gerade? Wofür ist das Vogelfutter? Das Vogelfutter ist quasi dafür da, dass man quasi den Turbo-Boost erhöhen kann. Soll heißen, dass man dann noch schneller flitzert, als man ohnehin schon tut. Oh, toll. Kann praktisch sein. Aua. Kann aber auch schmerzhaft sein. Forst springt ja mit Vorliebe immer in Wüscher rein. In Cactusies. Ist das nicht ihr Cactus? Was machst du denn da? Ich will das Vogelfutter. Los, du Kackmann. Ich bin doch schon dabei. Wow. What the fuck? Alter, was habe ich hier gerade... Wow. 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 Oh, da habe ich aber viel abgehauen. Äh, abgeholt. Wow, ist der ein richtig krasser Boy, ey. Sweet. Fällt mir. Das wiederum gefällt mir jetzt nicht. Das war nicht so... Da Hölle. Ach, guck mal, das... Schupschup. Da unten ist der Heddy in seinem Bobbycar. Ja! Hä? Au. Wo ist der Heddy? Ja, da unten in deinem Bobbycar. Ja, dass er auch noch fliegen kann. Ach, der Coyote mit seiner Rakete, oder? Ja. Ja, das doch gerne. Das war ein bisschen arschig gerade. Nein. Nein, sagt sie, genau. Nein, war's nicht. Ich bin nicht. Das ist leider. Guck, gut. Guck, bin ich. Ah, da, okay. Da, am Boden. Okay, gut zu wissen, dass der Boden Insta-Dess ist. Gut das zu wissen. Da liegt jetzt Matt auf den Schienen. Was ist denn der Kack-Aff, ey? Boah, ist deine Flagge. Ich hab sie. Er meinte, weil sie rot ist. Ich weiß, ich weiß. Und ich. Also, ich bin gut darin, wenn es da... Oh. 2 Continuous. Wow. Was hast du denn jetzt geholt? Keine Ahnung, 1. Ich wusste, dass ich ein Continuous hatte, noch vom letzten Mal. Aber ich wusste nicht, dass ich... Vielleicht, wenn du die Flaggen und so holst. Oh, das kann sein, ja. Oh. Was? Ich wollte da hoch. Echt? Ja, wenn Roadrunner auch mal da hinspringen würde, wo er soll. Ja, er ist der Bastard. Denk an die Försterflag. Gelb ist... Ja, trefft sich gut. Jetzt läuft der Scheißflüsse. Gestern nicht. Ja, keine Ahnung, was gestern mit Discord los war. Jetzt wird... Was ist zur... Ja, mach's doch jetzt mal. Was ist denn da? Oh, komm her, du Kackaffe. Dankeschön. Und tschüss. Und tschüss. Nix und tschüss. Noch nicht. Die Betonung liegt auf noch. Wer weiß, wo er wieder hierhin kackt. Und tschüss. Oh. ist doch nicht der elefant beschießt sich mit erdnüssen das ist ja nicht mal ein bonus ja ich möchte auch immer erdnüsse nix da ich will nicht sterben ok es ist mir jetzt so egal ich wollte wissen was da oben war weil ich das eben nicht so schnell sehen konnte war Es ist bald so Immer enttäuscht du mich Ich wüsste immer gerne, wo da jetzt die letzte Flagge war Ach so, da war mehrere, war nicht geholt Boah, Bomber Time Was der eine nur nicht geholt Wow Wie abgeht, ey Japp Nutz wenig What the fuck, ey Wüsste immer gerne, wo es jetzt weitergeht, weil ich sehe nix Okay Was aber mutig Blindjump sind Arschig, ey Voraste Zeit noch ein richtiger Mann, Shiny Ein richtiger Mann Habe ich gehört Und tschüss Moment, wo habe ich denn jetzt das extra Leben her geholt Und tschüss Oh, was machst du Depp denn Mein letztes Continuous, oh ne Scheiße Ach komm Eini, sag mal Miep 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 Hat kacke gesagt Miep 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 bock hier zu sterben muss man deswegen stehen ja nicht dass da schon die strecke zu ende war ja hoch darüber du mal was für ein geld welches geld die zählen aber wie hoch geht denn das ganze bis aufs dach doch ich dachte das wäre die förstliche oh ist am ende unmöglich das ende sein war nur herz weil das dein herz war weiß ich auch oh das hier ok ich muss irgendwas versuchen ok und jetzt ach so das ist überhaupt nicht knapp ach forst schafft er schon hoffentlich noch bevor meine energie auf null ist ja dann attacke da ist so ein herz was macht er jetzt ja was 2 nochmal zurück lol oh herrlich wow 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 was ist da los ist schon noch ein sprung bieb bieb bum bum lol bieb bieb bum bum ich muss wieder rein kacken mit der vogelscheiße ja mach doch mal was ah ich muss mal da runter er muss erst rausfinden wie man da rein kackt hast keine kackt du hast keine kacken du musst du piek mal die dinge Ah, okay, ich saß dir schon Ja, okay, ich saß dir schon, hier funktioniert Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Hattest du ihn denn eben getroffen? Ja Die Bei der Lok das Rohr hat eben geblinkt, das habe ich genau gesehen Wenn das Rohr blinkt Blink, blink, bum, bum Okay, das ist aber glaube ich einfacher als der vorherige Das sei denn natürlich, ich stelle mich natürlich dämlich an, das ist eine andere Sache Ja, aber stimmt, der ist wirklich tatsächlich etwas einfacher als der Als der vorherige Boss Wow Kann doch nicht nochmal auf den gleichen Trick rein, Freundchen Au Wie war das? Sag das nochmal Das könnte jetzt sehr interessant werden mit Null Energie und Null Leben Und Null Continues Und Null Skill Und Null Hoffnung Und Null Hoffnung sagt ja, hallo Und tschüss Ja Lol Ist das vielleicht an den roten Flaggen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Ne, die roten Flaggen Nein Nein Ja Machen wir mal die roten Flaggen Kann ich gerne versuchen Also wenn das wirklich der Fall ist, wie du das gerade sagst, Teddy Denn das ist wirklich interessant Könntest du deine komischen Bomben mal Danke Ah Ah, war zu spät, ich hab's gesehen Ich geb' ja schon wirklich mein Bestes Ja, geht doch Ja, rüber Ja, guck mal Wollt ihr denn nicht dumm sein? Du brauchst es einfach gerne Warte da Wie lange bleiben die da? Die bleiben schon Die bleiben schon einige Zeit, aber das war jetzt ein bisschen blöd Ja, rüber Ja, das ist doch zu weit rüber Ja, tut mir leid Ich bin halt bisher zu schnell eben gewesen Thor Sich böse werden Nein Keine Ahnung Thor 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 Es greift Thor Thor Wolle. Ach, Mist. Oh, Sommer. Verdammt, ich war zu sch... War ein bisschen zu früh eben. Oh, Forst. Wie oft hast du denn jetzt? Ich glaube, viermal. Ja, dann noch zweimal, denk. Oh, Forst, du Napf... Hihihi. Oh, Forst, du Napf... Oh, Forst, du Napf... Oh, Forst! Woh- Huh? Wahh! Ach, Mist Wie glücklich der da drin sitzt mit seiner schaffener Mütze da Könnt auch der Hattie Und das wars Und tschüss Oh, ich bin der Läufer, der Läufer Wo ist der Zug? Da Das beantwortet meine Frage Das war doch zu erwarten Oh Mann, ist das so durchgeknallt Aber irgendwo auch geil Und Hatties Kötelikus Dobikus Was ist das denn? Das Sehen wir uns erst im nächsten Part an Ich glaub, das ist die Ränder Kann sein Lol Ich dachte eher, das wäre die Höhle der Schlangenboys Nö, die Höhle ist rot Also es ist definitiv die Ränder Cave Auf jeden Fall machen wir hier beim nächsten Mal weiter Ich hoffe, dass es euch gefallen hat Und kann auch auf jeden Fall sagen Bis dahin Ciao Ciao Euer The Life Force Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020